Auf gehts neue Runde, wo muss ich jetzt schon mal ne neue Knarre? Kann man sehen, 53 Ja, wo die stärker ist, die Waffe, ey, hm Ja, lass mal das noch sein Ach du Scheiße, ey, was ich halt machen kann Egal, weiter jetzt Schwefelfelder Na, hier gehts ja auch gleich zur Sache, ey Oh, Bane, Opelarm NEIN Mal kicken, woran wir platzieren, alter, das schöne Ding Mal kicken, woran wir platzieren, alter, das schöne Ding Haben wir nix zu hoch, ey, nerven Na komm, einfach da mal eben hin Boah, ne erwischt, ey, pack Dann nehm ich alle weg, ey Dann nehm ich alle weg, ey Jener von uns Ohne Granate, oder? Boah, Mann Was ist die 3? Hm Ey, ich hab keine Ahnung Keine Ahnung Hier Du so Law见 Stunden Oh, ich hab keine Ahnung Wegдуkartiert terra, unten bis sie Best oh 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 da ja nicht er hat einen guten überblick er hat boah scheiße kacke die hälfte ist geschafft macht weiter druck von tapos wird dann damit das gibt es noch nicht wir haben oberwasser hier ist kein Mann oder Boah ey Dauer hier Da ist er Leck'n Schengelblümen alter weg weiter gekommen na ja egal Ja ist ja So eine Ratze ey Oh shit Boah Du Scheißpenter Aufpassen Rebellen in Sicht Boah Na was lecker mit dem Scheiß Breckschild ey Verdammt Boah Alter warum bist du weit unten ey Ist so belastend alter Rebellen abschauen Gebt ihnen den Rest Gibt's da ja nicht Oh man ey Abbotten Beide Wie sieht Beide 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 Naja, sehr schön. Ab zur nächsten spritzigen Runde.